Der nächste Vortrag geht über Mitarbeiter-On-Boarding mit Linschwein. Wir haben ihre Bücher geschlossen und es werden keine Wetten mehr angenommen. Hier kommt es bei euch im Unternehmen an, welche wir auf jeden Fall klauen, sieht das ganz anders aus. Uns stehen lediglich Best-Up und nennen wir jetzt im Web. Bis zum nächsten Mal.